So, bisher haben wir mit dem Sinus und dem Cosinus immer nur irgendwelche Dreiecke ausgerechnet. Heute wollen wir uns mal das Bild der Funktion ansehen und vielleicht ein paar Anwendungen dazu noch. Den Kreis kennen wir. Mittelpunkt, Punkt C. Und den Punkt C lassen wir jetzt wandern auf der Kreislinie. Jetzt aber nicht mehr die Tabelle. Sondern ein Koordinatensystem. In der X-Richtung den Drehwinkel. Und in die Y-Richtung die Höhe von dem Punkt C. Das reicht, wenn wir das bis 1 zeichnen. Der erste Punkt ist einfach. Null Winkel, Null Höhe. Da ist er. Und das tragen wir auch dort in den Koordinatensystem ein. Und jetzt geht's los. So, 15 Grad. Erster Punkt. 30 Grad. 45 Grad. 60. Und so weiter. 75 Grad. 90 Grad. Jetzt sind wir erstmal am Schluss. Und wenn wir uns die Punkte genau angucken, sehen wir, dass es keine Gerade ist, sondern irgendwas Krummes. Ja klar, bei 90 Grad geht's ja nicht weiter nach oben. Wenn wir noch ein Stückchen weiter drehen, wird's sogar wieder kleiner. Das müssen wir uns nochmal ein bisschen besser angucken. Deswegen, kleiner Kreis. Da können wir den Zeiger die ganze Runde rumlaufen lassen. Und das wollen wir jetzt mal mitzeichnen. Okay. Wir starten also bei 0 Grad. Und 45 Grad. Bei 90 erreichen wir die 1. Und dann geht's wieder bergab. Klar. 180 Grad sind wir auf dem Fußboden. 0. Dann geht's in den Keller. Bei 270 Grad haben wir Minus 1. Und dann wird's wieder flacher. Und 360 Grad haben wir wieder die Höhe 0. So, also sieht unsere Sinusfunktion aus, wenn wir sie aufzeichnen. Wir können das noch ein bisschen weitermachen. Aber da tut sich nichts. Das wiederholt sich einfach nur. Diese Wellen kommen also alle 360 Grad dort wieder hin. Okay. So, und jetzt haben wir ein Problem. Eine Aufgabe heißt, wir haben einen Sinusalpha von 0,7. Ja, wie groß ist denn der Winkel? Klar. Taschenrechner ran oder in die Tabelle geguckt oder was auch immer. Wir kriegen eine Lösung und die heißt 45 Grad. Wenn wir uns aber die Grafik genau angucken hier, sehen wir, es gibt noch eine zweite Lösung. Und zwar 135 Grad. Was dem einen Winkel an der 90 fehlte, hat der jetzt zur anderen Seite noch drauf. Also 45 Grad und 135 Grad sind Lösungen für Sinusalpha gleich 0,7. Aufpassen, es gibt also beim Sinus meistens zwei Lösungen und jenseits von 360 dann noch unendlich viele. Aufpassen hier, wenn es also heißt, Sinusalpha ist gleich. Ja, nun wird es physikalisch. An den Balken hängen wir dort ein Gewicht rein. Ziehen das zur Seite und lassen es halt pendeln. Ein wunderschönes Spiel für die Winkelfunktion. Mathematisch natürlich ordentlich. Vollausschlag nach links, plus 1 in der Mitte 0. Vollausschlag nach rechts, minus 1. So, dann ziehen wir den Klumpen mal zur Seite und lassen los. Na komm. So, und das können wir mitzeichnen. Minus 1, 0, plus 1 wieder und wieder zurück zur 0 und so weiter. Ich kann alle möglichen Pendeleien, ob das die Kinderschaukel oder das Präzisionsuhrpendel ist, ich kann alle solche Pendeleien beschreiben mit dem Kosinus. Ja, okay, also Winkelfunktion gut nutzbar in der Physik für Schwingungen, Pendeln und so weiter.